St. Martinskirche Ich grüße Sie ganz herzlich aus der St. Martinskirche in Hersching am Ammersee. Die St. Martinskirche ist eines der Wahrzeichen unseres Ortes. Sie liegt oberhalb des Kinnbaches auf einem kleinen Bergrücken und ist schon von Weitem aus zu sehen. Erste urkundliche Erwähnung im 12. Jahrhundert, die heutige Form aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, die Innenausstattung aus dem 18. Jahrhundert. Diese Kirche hier ist täglich geöffnet von Mai bis Oktober zugänglich. Ganz viele Wanderer und Spaziergänger machen hier eine kurze Rast. Und ansonsten feiern wir hauptsächlich Maiandachten, Hochzeiten oder andere kleine Gottesdienste. Seit einigen Jahren schon sind wir immer eine Station auf dem Kapellentag rund um den Ammersee. Dieses Jahr ist das leider nicht möglich, aber gerne grüßen wir Sie auch musikalisch aus dieser kleinen Kapelle in Hersching am Ammersee. Mein Name ist Julia Sextl und für mich ist das etwas sehr Besonderes, hier in dieser Kirche in Hersching zu sein, denn gar nicht weit von hier entfernt bin ich aufgewachsen in der Gemeinde Andex, also ein paar Kilometer weiter oben. Ich war aber fast die Hälfte meines Lebens gar nicht hier. Ich habe in Salzburg Gesang studiert und habe viele Jahre in Hamburg gelebt und gesungen. Und irgendwann ist meine Sehnsucht so groß geworden, wieder in meine Heimat zurückzukehren, dass ich meine Sachen gepackt habe nach fast zehn Jahren und bin wieder hergekommen und bin seit vier Jahren jeden Tag sehr glücklich darüber. Ich weiß ein Land, das ohne Schranken, ich weiß ein Reich, worin sich ranken, wohl tausend zärtliche Gedanken um meine Nebelrosenfahrt. Das ist das Land, worin ich lebe, das ist das Reich, das ich dir gebe, auf dessen Thron ich dich nun hebe, ist meines Herzens freier Stadt. Du, du, du sollst der Kaiser meiner Seele sein. Du, du, du sollst den Purpur tragen ganz allein. Du, du, du sollst das Zepter führen. Du, du, nur du darfst drin regieren. Du, du, ziehst dort ein Sieger ein. Du, 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 du mediteh-da-dein. Untertitelung des ZDF, 2020